Optimaler Service und eine umfassende Patientenaufklärung sind in der Zahnarztpraxis von heute wichtiger denn je. Aus gutem Grund setzen daher immer mehr Zahnärzte auf effiziente und informative Beratungshilfen. Mit dem hochwertigen GoDance-System haben Zahnarzt und Helferin die optimale Beratungshilfe zur Verfügung, von der Praxis und Patient gleichermaßen profitieren. Die Beratung kann dabei über das praxiseigene Assistenzpersonal erfolgen. Die sieben exklusiven Modelle des GoDance-Systems erlauben eine für den Patienten leicht verständliche Darstellung von mehr als 100 funktionaler und kosmetischer Informationen sowie zahnmedizinischer und prothetischer Sachverhalte. Mit den vier Oberkiefer- und den drei Unterkiefermodellen lassen sich Funktion und Auswirkungen der Prothetik leicht verständlich erklären. So lässt sich mit dem Modell 2 bei Patienten mit fehlendem Molar sehr plastisch die Notwendigkeit einer medizinischen Versorgung verdeutlichen. Erweitert werden die Möglichkeiten zusätzlich durch die Kombination verschiedener Modelle. So erlaubt die Kombination der Modelle 1 und 2 die anschauliche Darstellung der Folgen einer nicht behandelten Zahnlücke. Durch die vielseitigen Möglichkeiten des GoDance-Systems fühlen sich die Patienten jederzeit optimal beraten und bestmöglich aufgeklärt. Unklarheiten und Fragestellungen werden so bereits im ersten Beratungsgespräch ausgeräumt. Alle GoDent-Modelle sind mit einem Namensfeld versehen. In dieses Namensfeld kann das Logo des Zahnarztes oder des Dentallabors eingelegt werden. Anhand der GoDent-Modelle lassen sich die alternativen Versorgungsmöglichkeiten des Patienten leicht verständlich aufzeigen. So lässt sich am Modell 4 sehr plastisch die Möglichkeit einer hochwertigen Implantatversorgung demonstrieren. Die Modelle 2 und 5 verdeutlichen dagegen anschaulich die unterschiedlichen Varianten einer alternativen Brückenlösung. Modell 2 demonstriert dem Patienten realitätsnah verschiedene Möglichkeiten. Modell 5 dagegen zeigt den Lückenschluss mit einer Keramikbrücke im Frontzahnbereich. Das GoDent-System überzeugt den Patienten begreifbar von den Vorzügen einer höherwertigen Prothetik. So stärkt GoDent letztlich die ärztliche Beratungskompetenz und sorgt für eine vertrauensvolle Festigung der Beziehung zwischen Arzt und Patient. Das GoDent-System ist sehr handlich und deshalb leicht einsetzbar. Es benötigt weder aufwendige PC-Animationen noch umfangreiche Lektüre. Sehen, anfassen, begreifen. So einfach ist die effiziente Patientenaufklärung mit GoDent. Das GoDent-System führt zu einer immensen Kostenersparnis. Aufwendige Beratungsgespräche werden vermieden. Und zufriedene Patienten sind die beste Werbung für Ihre Praxis. Auch hier leistet das GoDent-System einen wichtigen Beitrag. Denn begeisterte Patienten empfehlen Sie mit gutem Gefühl weiter. Selbst hochkomplexe Arbeiten lassen sich mit dem GoDent-System eindrucksvoll präsentieren. So lassen sich mit dem Modell 3 anschaulich Klammerprothese und Riegel- bzw. Doppelkronenarbeit darstellen. Fest eingebaute Kippmechanismen zeigen die unterschiedlichen Lösungen in Sekundenschnelle, ohne dass einzelne Teile verloren gehen können. Alle Modelle werden aus einem speziellen Kunststoff gefertigt. Dadurch wird ein besonders ästhetischer Gesamteindruck erzielt. Der Patient gewinnt ein stärkeres Verständnis, da er das Modell selber anfassen und begreifen kann. Die Kombination der Modelle 3 und 6 veranschaulicht mögliche Okklusionsstörungen durch die Klammer auf 1,4 und 1,5. Unter Hinzunahme von Modell 4 lassen sich dem Patienten sehr anschaulich die unterschiedlichen Möglichkeiten erläutern. Von der Klammerprothese zur Riegelarbeit, vom Geschiebeersatz bis zur Teleskoplösung oder der hochwertigen Implantatversorgung. Der Patient kann nach seiner eigenen Priorität entscheiden. Unterstützend zeigt die Kombination der Modelle 2 und 7 eindrucksvoll, wie weit Zähne außer Kontakt geraten können. Mehr als 5000 Zahnärzte wissen es bereits. Mit Godent wird die Beratungsfunktion der Praxis effizient und nachhaltig gestärkt. Von der einfachen Amalgamfüllung bis zur hochwertigen Implantatarbeit, von der Standardausführung bis hin zur exklusiven Lösung. Mit dem Godent-System sparen sie kostbare Zeit in der Praxis und ihre Patienten sind immer gut beraten.